Was macht ihr denn da? Wir suchen nach einem Ausbildungsplatz. Bei der Bank. Bei einer Bank? Hi, du hast das Abitur in der Tasche und kannst dir nicht zwischen Ausbildung und Studium entscheiden? Dann mach doch einfach beides. Das duale Studium ist eine Kombination aus Bankausbildung und BWL-Studium. Und nach drei Jahren erhalte ich meinen Bachelor of Arts. Mir ist besonders wichtig, zum einen einen Studienabschluss, zum anderen aber auch die Praxiserfahrung in der Bank zu haben. Obendrein bin ich während des Studiums finanziell unabhängig, da man hier echt gutes Geld verdient. Hier bei der Volksundreif Eisenbahn Mecklenburg sind wir alle ein Team und arbeiten gemeinsam an den unterschiedlichsten Projekten und unterstützen uns gegenseitig. Genau das macht das duale Studium so einzigartig und vielfältig. Mein Name ist Finn Ulle Herrler, ich bin 18 Jahre alt und bei der Volksundreif Eisenbahn Mecklenburg. Komm in unser Team! Muinen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.